Musik Hallo Freunde, hier ist er wieder, euer Lieblingsmensch mit einer neuen Folge Tourette am Barrett Arschloch. Und heute eine Folge für meinen kleinsten Kumpel auf der Welt, Henry. Ihr kennt ihn sicherlich schon, das habe ich schon mal gesagt, dass er da ist. Der Henry sitzt jetzt bei Oma und guckt wahrscheinlich dieses YouTube-Video, weil das macht er immer. Der Henry ist der Sohn von mir, logisch, und mein größter kleiner Fan. So, was passiert hier? Ich fahre Hellcat auf Westfield, bin mit Tier 6 hier Low-Tier Henry, und ich wollte dir unbedingt zeigen, wie cool dieser Panzer ist, und wenn du irgendwann mal auch World of Tanks spielst, spätestens wenn du 12 bist, dann kannst du dir die Hellcat auf jeden Fall kaufen, weil es wirklich, wirklich ein guter Panzer ist. Was passiert jetzt hier grundsätzlich? Das ist ein Begegnungsgefecht, wir haben eine gesunde Mischung aus Heavis, Meds, TEDs und Lights, und das Spiel entwickelt sich grundsätzlich normal. Was besonders gut ist, gerade für mich mit meiner Hellcat, es gibt keine Artillerie. Wie entwickelt sich das Spiel? Die Heavis fahren hier hin. Übrigens könnt ihr euch auch zu Westfield, O'Hare und Voxys Kartenkunde-Videos antun. Die gibt es auch zu Westfield. Die packe ich einfach mal unten in die Links mit rein. Ja, und da seht ihr, dass es sich grundsätzlich normal entwickelt, so wie die Jungs es prognostizieren, bis auf, dass unsere TDs, wir vier, nicht hier sind. Um die Heavis zu unterstützen, die gegnerischen Heavis werden auf sie drücken, die Meds werden hier lang gehen, und mein Ziel ist es, mit meiner Anfangsposition auf die andere Seite zu wirken, Henry. Ich mag die Position auf A8 nicht, weil man relativ oft aufgeht. Ihr seht, die Entfernung zwischen den Heavis und den TEDs wäre nicht so groß, als dass mein Tarnwert das nicht wegmachen würde. Und jetzt warte ich da. Ihr seht, es geht jetzt gehen, wie prognostiziert ich auf der anderen Seite den Patzer auf. Und die Hellcat macht, glaube ich, 220 Durchschnittsschaden und hat eine Perle von 160. Ja, von 240 sogar. Und der Gegner ist jetzt hier so zahlreich, dass ich kurz nicht weiß, wo ich hin muss. Die Hellcat hat, und dazu hat witzigerweise auch der Maus-Akrobat in den letzten Tagen ein gutes Video gemacht, wo er noch einmal den Panzer gezeigt hat. So, ich weiß gar nicht richtig, wo ich hinschießen soll. Ich sehe die umgekehrt auch nicht richtig, aber ich schieße trotzdem, schieße daneben genau. Und der Maus-Akrobat hat auch noch mal, muss ich sagen, wie die Hellcat eigentlich gemessen ist. Aber dass sie immer noch kein schlechter Panzer ist. Also, ja, der Buff tat sehr weh, gerade für alle, die es noch hatten. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ich mag die Hellcat immer noch. So, da nehme ich jetzt mal den Centurion raus, den Gegnerin. Dann auf der anderen Seite gibt es noch den VK-28. Und, aber auch der wird jetzt rausgenommen. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was passiert. Der erste Adrenalinrausch ist weg, Henry. Und dann solltest du immer sagen, okay, kurz durchatmen. Ich muss mal auf die Minimap gucken. Und wenn du auf die Minimap guckst, siehst du, dass der Gegner hier ganz massiv drückst. Auch seine TDs, wie zum Beispiel die ISO hat hier gedrückt. Hier hinten stehen der Emil, der Scorpion, die IS. Was die da macht, weiß ich nicht, aber sie wird schon irgendeinen Auftrag haben. Auch die alle drücken hier. Und wir haben jetzt noch eine IS-3, einen T-34-2 und noch einen F-50. Also zwei Heavy-Panzer und ein Medium. Das kann nicht gut ausgehen. Der Gegner drückt so massiv, dass die Gegenwehr, ihr seht es, einfach in Sekunden verpufft. Und jetzt habe ich mir gedacht, nein, jetzt muss ich mich gar nicht umdrehen, um da irgendwie wirken zu können. Jetzt muss ich abhauen. Denn abhauen ist manchmal nicht die schlechteste Idee, um eben wieder Entfernung zwischen mich und den Gegner zu bringen. Denn das ist einfach so die Hellcat. Und das ist zum Glück etwas, was sie gelassen haben, hat einen exorbitant guten Tarnwert, wie ich finde. Gerade wenn die Crew gut ist, die ist voll auf Tarnung gespielt, das ist fertig. Ich habe ein Tarnnitz da drauf, wie ihr seht. Ich stelle mich hinter einen Busch. Zwar geht sie beim Schießen leichter auf, aber sie ist trotzdem sehr gut getan. Und auch, ihr seht es jetzt auf der Minimap, meine Freunde gehen auch runter. So, was machen jetzt unsere anderen Hansels? Entschuldigung, ich muss ein bisschen aufstoßen, Henry. Fahren jetzt hier in das gegnerische Cap rein. Das ist keine gute Idee, weil man von hier oben, wo die TDs stehen, super die Cappen kann in diese Richtung. Und oft gehen einzelne TDs auch noch hier hin, die vielleicht noch gar nicht aufgegangen sind. Die vielleicht ihrerseits jetzt auch mit in die Stadt gefahren sind. Das müsst ihr immer bedenken. Können hier hin zurückkommen und können einfach hier super runterwirken. Und ihr werdet es jetzt gleich an der Minimap sehen. So, ich habe meinerseits, denke ich mir noch, hier sehe ich noch das ein oder andere Ziel. Der Gegner macht es hier grundsätzlich richtig. Habt ihr den oberen Teil gewonnen und seid in einem Heavy oder generell in einem Panzer, rückt durch die Häuser vor. Oder, wenn ich es nochmal kurz anhalte, ein anderer Weg wäre wirklich hier ganz außen, weil es hier so eine kleine Kuhle gibt. Und da muss man dann aber aufpassen, dass hier niemand ist. Und spätestens hier seid ihr auch auf einer freien Fläche. Also, immer gucken, wie sich das Spiel entwickelt. Hier sehen wir die IS. Da hat sie sich kurz weggedreht. Da hat es nichts gemacht, mein Schaden. Und er verschwindet jetzt. Merkt auch, ich werde da beschossen. Verschwindet in der Stadt. Hier könnte ich ihm noch einen durch die Häuser mitgeben. Ja, eine 221, ein bisschen ein Low-Wall, wie die ganzen Proz immer sagen. Also, unterhalb des Durchschnittsschadens. Und ihr seht, wir hier jetzt in der Sekunde, wo wir uns auf die gegnerischen Heavies konzentriert haben, unten die Lights und die Mediums einfach auseinandergepflückt werden. Ja, weil cappen ist oft einfach nicht gut. Gerade, wenn der Gegner noch so viele Panzer hat. So, hier sehen wir eine IS-3. Die fährt jetzt hier runter. Wird relativ gut aufgemacht. Ähm, wieder geht mein Schuss nicht durch. Ich habe bis jetzt 536 Schaden gemacht und bin nicht zufrieden, weil ich ja hier, der Titel sagt, auf dem Weg zur zweiten Gunmark war. Und ich sage mal, 1000 Schaden müssen pro Gefecht schon rumkommen. Und in dem Moment jetzt, bei dem Spielstand und bei der Kartenlage, die sich mir auch ergibt, habe ich gedacht, jawohl, jetzt machst du nur ein, zwei Schadenspunkte. Und dann gehst du ins nächste Gefecht. Ich bewege mich jetzt ein bisschen. Warum weiß ich nicht? Bin mir unschlüssig auch. Wo will ich hin? Wo wird der Gegner vielleicht kommen? Der, unser AMX-AC, also auch ein TD-Henry, ähm, aber ein Tier-8-TD, der geht da aggressiv nach vorne. Und da siehst du es, da steht der Gegner. Zack, haut da ihm eine rein. Aber die IS denkt gar nicht daran, sich umzudrehen scheinbar. Fährt zurück und kann dann von unserem Skorpion und T-34-2 Bös-Schaden kriegen. So, der AMX bleibt hart an der Ridge-Line, an der Kante dran, damit, wenn die Gegner auf ihn wirken wollen, vorgefahren kommen müssen und unsererseits von ihm bekommen. Was mache ich jetzt übrigens hier, Henry? Ähm, separierte Panzer sind oft nicht gut, weil wenn der Gegner das rauskriegt und mitbekommt, kannst du rausgenommen werden und es ist auch niemand da, der dir hilft. Der AMX ist jetzt hier, sag ich mal, so ein bisschen unser Global-Player, unser Carry-Man. Er macht jetzt die Panzer auf. Das heißt, er braucht auch die Unterstützung durch uns. Weil was macht ein gespotteter Gegner aus im Gefecht, wenn niemand auf ihn Schaden machen kann? Richtig, Henry, nichts. Und deswegen möchte ich meine Position so verändern, dass ich dem AMX möglichst gut helfen kann. Du siehst schon, hier bekommt er schon die ersten Schadenspunkte. Da geht der Emil in der Stadt auf. Das ist für den Emil überhaupt nicht gut. Er geht auch raus. Jetzt sehen wir die Isu, wie ich es mir damals schon gedacht habe. Verändert sie die Position und der gegnerische FCM 50 krabbelt hier den Berg hoch. Kann man machen. Ich wüsste eigentlich auch nicht, wie ich mich jetzt als Heavy verhalten würde wollen. Und meinerseits nehme ich jetzt hier die nächste Position ein, warte, bis das Fahrnetz aufgeht und auch mein Scherennetz quasi. Und da sehen wir schon den FCM. Und ich kann ihm hier schön eine in die Seite geben, Henry. Habe jetzt meine knapp 1000 Schadenspunkte, bin zufrieden. Aber jetzt bin ich auch ein bisschen hot, weil das Spiel auch wirklich jetzt spannend wird. Dafür, dass ich mit Tier 6 und einem Tier 8 gefecht bin, bin ich sehr zufrieden. Aber die Hellcat kann das auch. Wie gesagt, ihr werdet es beim Mausakrobat sehen. Ich verlinke dem sein Video unten auch mal. Vielleicht gucke ich mal noch einen alten Guide. Aber ja, Mausakrobat sein Video und die von O'Hare und Voxi Mohon zur Kartenkunde mal. Das ist das, was ihr braucht. Und ich mit meiner Hellcat vorgefahren. Ihr seht, die Geschwindigkeit 72 kmh solltet ihr machen. Sie fährt hier immerhin so ungefähr 60 kmh auf einer Wiese. Ich ziehe jetzt hier nach mit den Kameraden und mache meiner Meinung nach gleich den ersten Fehler. Jetzt lesen wir hier, äh, hey mit, think maybe go spot. Ja, wie, warum bist du tot, du Mongo-Scout? Ja, ich hasse Scouts, die am Anfang vom Match sterben. Aber da ich weiß, dass ich eine gute Sichtweite und einen guten Tarnwert habe, gehe ich meinerseits vor und sag, komm, spotten mach mal ich. Ja, und der Mercury, der orangene Superspieler, der gibt hier die tollen Tipps. So, da sehen wir den AMX, den wahrscheinlich ich aufgemacht habe. Und der T-34-2 macht den weg. Da haben wir da noch den Scouts gegeben. Da kann ich mich jetzt meinerseits auch nicht zurückhalten und muss ihm noch eine mitgeben und werde jetzt auch bestraft. Ich war zu nah am Busch, die Entfernung ist zu gering und ich fahre nicht rückwärts, weil rückwärts fahren ist etwas, was dieser Panzer gar nicht mehr kann. Und deswegen fahre ich mit meinem Hellcat vor. Ihr seht, ich habe jetzt auch die 70 kmh. Die IS-3 erkennt mich jetzt auch als gefährliches Ziel. Oben ist die, ich gehe mal raus aus meiner Sicht, ist auch der Scorpion G und ich fahre einfach so schnell ich kann und versuche hier auch möglichst tief zu bleiben. Die IS-3 identifiziert mich jetzt auch als wirklich gefährlichen Gegner, weil ich eben von der Seite schießen kann und will auch nicht raufdrücken, was zum Glück meinen Scorpion G-Kameraden nicht zulässt. So, jetzt fährt der gute Lieblingsmensch, möchte nochmal einen Blick auf den Scorpion kriegen oder vielleicht gar einen Schuss, das schaffe ich nicht. Der AMX versucht sich von hinten anzusneaken, aber er bekommt jetzt einen Riesenteil der ISU rein. So, jetzt die ISU drin, kriegt von mir nochmal einen, damit ist sie auch One-Shot für mich. Ich bin nicht aufgegangen, weil der Scorpion nicht meine Sichtlinie hatte und weil die ISU einfach blind ist. Und jetzt, sag ich mal so ein bisschen, wenn jetzt hier Musik wäre, würde jetzt hier so richtig klassische Fanfarenmusik angehen und so, Attacke und ganz episch. Hans Zimmer hat ja schon angefragt, ob er für mich Musik machen möchte oder darf, aber es ist mir einfach zu viel. Ja, und ich kletter jetzt hier den Bärsch rauf, um für meine Kameraden hinten den T-34-2, der wahrscheinlich in ziemlich guter Spotposition ist, oder auch den Scorpion G, gut, der wird selber rangehen, was aufzumachen. Ich kletter jetzt hier durch die Büsche, um möglichst lange unentdeckt zu bleiben und dann sehe ich die ISU, die da zur Kante fährt. Jetzt fahre ich zurück, ganz einfach auch nur, weil es hier bergab geht und ihr seht es nur 14 kmh rückwärts. Das ist wirklich erbärmlich. Ja, der war mal fast rückwärts genauso schnell wie vorwärts. So, und da wird der Scorpion G auch weggefinisht und es hat sich zu einem wirklich spannenden Gefecht noch entwickelt und wir gucken uns mal ganz schnell die Auswertung an, Freunde. Bis gleich. Und natürlich Henry. So, und hier sind wir auch schon in der Auswertung. Ihr habt es gesehen, es hat geklappt. Es gab hier zwei Sternchen, das bedeutet 85% Schaden im Durchschnitt. Es gab einen Panzerass, ich habe den Spotter bekommen, dann hier noch so zwei andere Mickey Mouse Orden und ich habe die Halonen-Medaille bekommen. Das heißt, die bekommt man, wenn man mindestens drei gegnerische Panzer zerstört hat, die mindestens zwei Tierstufen höher gewesen sind. Also, ich glaube, die habe ich zum dritten Mal bekommen. Ist eine der seltenen Medaillen. Wenn ihr sie wollt, mit der Hellcat könnt ihr sie machen. Ja. Schauen wir mal auf die Team-Score. Nach EP hatte ich 1171, also es geht. Ich habe drei Kills gemacht und 1681 Schadenspunkte. Es war wirklich ein spannendes Spiel, Henry. Wir sehen es übrigens auch noch. Ich habe 2248 Unterstützungsschaden gemacht. Also, das ist auch mein Appell an euch. Gerade mit Leids oder so, wenn ihr in einem Spiel seid, verliert euer Leben nicht gleich am Anfang, weil ihr immer dieses Mi-Mi-Mi, ich bin drei Tierstufen niedriger wie die Gegner bin. Genau für sowas kann man euch noch brauchen. Haltet euch zurück, nutzt irgendwann die leeren Räume und verliert nicht gleich euer Leben am Anfang vom Spiel. Ja. Munition ist dann relativ teuer geworden. 40.600 habe ich bekommen. Davon musste ich dann 24.000 für Munition ausgeben, weil ich Premium-Munition geschossen habe. Es gab dann am Ende noch 16.000. Hättet ihr kein Premium-Konto, wären es noch 3.000 gewesen. Ja, Henry, das für dich. Nochmal als kleines Leckerli, weil ich es dir versprochen hatte, zu geben. Hellcat Superpanzer kann ich nur empfehlen. Ich empfehle euch, wenn ihr ihn mögt, schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Viele haben ihn verkauft. Bereut ihr das? Erzählt doch mal. Bis dann. Zum nächsten Mal. Tschüss, Henry. Tschüss, Freunde. Ade.